Die Herausforderung des Grazathlons Die Herausforderung des Grazathlons Das Wichtigste ist auf jeden Fall einmal die Gaule haben Mit ein paar Freunden das machen ist sehr das Beste Heiß war es, aber wie immer ein wirklich saugeil Event. Danke dafür! Wir haben gesehen, dass die Begeisterung bei den Erwachsenen so groß ist. Warum sollten wir das nicht auf den jüngeren Generationen teilhaben lassen? Und der Junior Grazathlon ist ein 2 Kilometer Run mit 5 bis 8 Hindernissen. Wir machen es nicht nur in Graz, sondern auch in den anderen Städten. Das Konzept schaut so aus, dass wir an einem Tag die Juniors hochleben lassen und am nächsten Tag die Erwachsenen. Es fängt einen ein und lässt einen nicht mehr los, sagen wir so. Es ist ein super Event. Das ist der Event des Jahres in der Stadt Graz. Okay. Man Prime! Alt 돌아私. Let's go!